Top-Nachricht für 21 Millionen Rentner. Deutsche Rentenversicherung zahlt am 1.12.2022 300 Euro Energiepreispauschale aus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das dritte Entlastungspaket vom 4.9.2022 offenbarte es, Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten die Energiepreispauschale ausgezahlt. Einfach und unbürokratisch wird es abgewickelt. Und ich halte hier das Eckpunktepapier über dieses dritte Entlastungspaket in der Hand und dort findet sich auch die Abwicklung der Zahlung der 300 Euro wieder. Und zwar erfolgt die Zahlung der 300 Euro direkt am 1. Dezember 2022 über die Deutsche Rentenversicherung. Dies entspricht einer Entlastung von rund 6 Milliarden Euro. Die 300 Euro werden einmalig ausgezahlt. Die 300 Euro Energiepreispauschale ist einkommenssteuerpflichtig. Das heißt also, alle Rentnerinnen und Rentner, die keine Steuern auf ihre Rente zahlen, dürften sich richtig freuen. Man kann sagen, je niedriger die Rente ist, umso mehr verbleibt bei der Energiepreispauschale übrig. Also die absolute Entlastung wird dann höher werden. Die reale Höhe der Energiepreispauschale, also was vom Brutto gleich netto übrig bleibt, das wird sich erst im Jahr 2023 in der Einkommenssteuererklärung für die meisten Rentner zeigen. Es soll sichergestellt werden, dass es keine Doppelzahlung der 300 Euro Energiepreispauschale geben wird. Wir sagen, eine gelungene Regelung für Millionen Rentnerinnen und Rentner, eine einfache und unbürokratische Auszahlung der 300 Euro Energiepreispauschale für rund 21 Millionen Rentner. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.